Centos! Hallo! Hallo! Und Abigail ist auch da! Die Alte. Ach, die Alte. Kann wegbleiben. Und wir sind alte Suchtis, beziehungsweise ich bin Suchti. Und du wolltest so unbedingt wieder machen. Ja, ich wollte unbedingt noch so ein bisschen zocken. Weil da stand mir doch super gefiel hier. Mhm. Oh, mein Leben, mein Leben ist ja so niedrig. Dein Leben, dein Leben, dein Leben. Boah, ich hab siebenmal Monsterfleisch. Kann sein, weiß er nicht. Ja, hab ich gerade in der Tasche. Ja, war noch... Hol denn da mit. Fassen wir noch einmal das Püree. Kann man also Monster... Warte mal, braucht das Herzen? Das abgehangene Monsterfleisch? Was? Ach gut, die Bienen verfreundlich auch, wenn du einfach mal jemanden fängst... Eine Biene fängst. Ja. Hey. Sollen wir eben kommen? Nö, nö. Ja, wie? Ich bin dann gekommen. Boah, ich bin der Meinung, wir brauchten ja auch die Bienen, ne? Ja, genau. Ja, dann kann ich dich schon mal fangen. Oh, mein Gehirn ist so... Muss man wieder ordentlich was fressen. Ja, ich hab jetzt gerade zwei Essen gemacht. Killer Bean, Killer Bean, Killer Bean. Killer Bean, Moment. Ah. Komm. Komm, Abigail, mach sie platt. Oh. Ja, will ich mal nicht so wirklich angreifen, ne? Doch. Mitangreifen. Oh. 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 Hat doch schon geholfen. Siehste? Fangen wir noch ein paar Bienen. Hahaha. Die ist ganz gut dafür. Ähm, Kompass. Jetzt kommen die nächsten Killer Bean. Jau. Ich hab nicht mehr so viel Herzen. Wer? Ja. Ja, du, Aua. Wer sagt, was du mit angreifen sollst. Aua. Hahaha. Oh, die sind... Die sind so. Autsch. Hat weh. Hau die doch mal. Hm. Und das wird dunkel, ne? Ja. Ja. Ich brauche Umwelt. Ich habe nur noch 25 Leben. Was kann ich? Wie viele Bienen brauchen wir denn? Weiß ich gar nicht. Äh. Besser wäre am besten ja, ein Bienennest erst zu bauen. Eine Bienenbox. Ja. Wir brauchen einfach Honeycomb. Ja, ich glaube... Ich hab nur Honey... Wie bekommt man denn Honeycomb wohl? Bin auch nicht? Ist eigentlich, wenn du die Nester kaputt machst. Ja, das könnte auch sein. Dann kommen wir jetzt nochmal wieder gleich rein. Ja, ich sammle noch ein bisschen ein. Ähm, Survival war das, ne? Ja, pff... Äh, genau. Wir brauchen vier Bienen, einmal Honig, und... Ja, das ist ja... Also, Honig und ein paar hast du eingesammelt. Ne, das ist nur Honig. ich glaube das kriegen wir wenn wir kaputt machen wie gesagt entweder kriegen wir das aus den dingern oder müssen die fetten zerstören die fetten bienen heiß die kleinen sind glaube ich unwichtig dafür blaue ungekochte dinge geben herz und magen also nach oben aber das gehirn geht runter ja das ist ja nicht schlimm ich habe da oben essen für dich dreien gemacht damit du was zu essen hast ich habe kein holz bei mir aber so ich bleibe mal hier über nacht den baumhände momentan nicht hin hatte ich da eigentlich geplant hat ja das braucht auch gerne noch essen it's centus die dörnchen wir brauchen nur noch holz das haben wir ja jetzt habe ich ja ein bisschen verkraftet er macht macht das so ein ding wo stellen wir das denn hin ach ja eine biene war das noch die wohl ich dann gleich das ok soll ich mit gar nicht habe nicht so viel leben ich kann ja warte mal asche 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 hatte ich irgendwann hatte habe ich hier dann tue mal eine bingo hin da ist kein platz drin wir müssen die kiss mal wieder sortieren hier habe ich da rein natürlich da rein wo ich gerade dran bin ja muss mich gravieren was ist das die in meinem bad und da habe ich die noch reingeschmitten ich glaube da wo du gerade dran bist na ja warte ich so viel wissen wo die ich glaube wir haben zu wenig asche hast du einen asche na ich weiß jetzt nicht wo das jetzt war asche ist einfach kannst du Sträucher anzünden oder so äh zweimal asche brauchen wir kannst du einfach Sträucher anzünden na ja den zünde ich nicht an der ist zu nah bei unserem lager äh da ich muss das ganze holz einsamen was die letztes abgehakt hab oh ich hab eigentlich die letzte hilfe 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 ja lauf na ja irgendwann ist das lag ja sowieso zu dann hat man nur noch einen eingang ist jetzt halt nur provisorisch mit stroh so zack beanbox wo wollen wir die hinstellen das weiß ich nicht ich weiß jetzt nicht ob ich hab noch nie eine beanbox gehabt ich würd sagen stell die oder stell sie oben beim essen hin ne das ist auch ich stell die hier hin ach ich vertrau dir schon wo du sie hinstellst stell die dann hier hin und die machen wir uns halt da musst du halt mit den Strohbeinen dann nochmal größer machen dann später ne ach so ok ja und was muss wir jetzt da machen da brauchen wir noch einen Bienenhut ne glaub ich auch ja äh buffalo wie heißt der denn fix damage up to close da ist er beankeeper 8 spinnnetze und 1 seil das dauert eh erstmal bis äh wir haben aber noch 4 spinnnetze äh essen ist wieder eins fertig da um die sachen sind auch fertig hvis du das mal brauch erstmal Blumen eigentlich ja ich brauch Leben oh autsch weiß der اح ben hier ja die bienen fliege jetzt rum böse bienen supremacy ach so monsterfleisch aju die biene ist so weit weg aber die sticht mich trotzdem ein bisschen blöd tot so das nächste kocht das gehe ich beim schauen was die kaninchen sagen jetzt sammeln die schön aber wir haben keine blumen in der nähe haben alle weggeschnappt sind denn unsere da sind unsere käfige art die sind alle voll schon fast gedacht dass sie wir haben wieder einen kurzen auch nicht ausgraben nein 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 kurzen tag ich wollte eigentlich über nacht bisschen sammeln aber wir brauchen stein hast du keinen rucksack mehr an ihr das wurde mir jetzt gerade wieder angezeigt hier wurde mir noch ein rucksack auf der karte angezeigt ich würde nämlich irgendwo rechts haben wir glaube ich steine würde ich ein bisschen steine gehen macht das macht das statt stroh steine rechts ist auch viele spinnen deswegen evigel ist schon ganz gut ja gut müssen ja gut der kippt sein jetzt das eine essen gibt super viel 40 herzen eingetrocknetes fleisch wenn das jetzt unter 50 prozent und die halse bringt nur 20 40 im fucker lov ordentlich man kann doch bestimmt noch irgendwas mit dem blitz ding machen wo war noch mal der ruf noch mal schnell die fußbox booster schaut ne aber schauen wir gucken wo die finden ist vielleicht kann ich evigel dazu bringen jemanden zu töten oder so das war hier am aber wir w w w Untertitelung des ZDF, 2020